Hallo und recht herzlich willkommen bei den 59 Sekunden. Ja, zurück in Wien, wer den Schaden hatte, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Ja, das zeigt uns aber wieder mal, dass es nicht mehr so ist, wie es früher einmal war, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Die Sonnenbrille schieß meine Identität. Ja, heute Abend natürlich Stefan Petzner, Dancing Stars, die Chance lebt, wir erinnern uns. Wir kommen zu 59 Sekunden und zu einer Sondersendung. Ich glaube, die Zweite Republik hat noch niemals so einen Skandal erlebt. Sakiso war gegen Petzner, aber auf welcher Seite stehen wir? Natürlich auf der Seite von Stefan Petzner. Und ab heute gibt's nur eines, Hashtag Stefan Petzner Dancing Star, ja, und wir haben auch ein Lied dazu vorbereitet. Stefan Petzner Dancing Star, wird es nicht wunderbar. Das war schon wieder mit 59 Sekunden. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Alles erdenklich Gute. Bleibt uns treu. Vergesst nicht zu abonnieren. Wir sehen uns wieder am Montag. Fiat euch dabei. Die Sonnenbrille schieß meine Identität.